Minecraft Folge 1 Wie gesagt, ihr habt schon gehört, Minecraft heute. Ja, ich bin übrigens NilCRD, für die, die es nicht wissen, weil wir ja zu dritt auf unserem Kanal sind. Und ja, heute in Folge Minecraft, äh, Minecraft Folge 1, Survival, spielen wir einfach, also haben wir eine ganz neue Welt und frisch angefangen. Und, ähm, ja, werden wir uns dann hier erstmal durchschlagen und müssen natürlich auch ein Wohnort erstmal suchen. Aber, wie es hier aussieht, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier gibt es sogar schon mal Tiere, die sind quasi Hühner. Hier, nehmen wir erstmal diesen Baum hier nochmal schnell mit. So. Da gibt es sogar Schweine. Und hier, ähm, das sind noch Kürbisse. Ja, das sieht mal so schlecht aus hier. Werden gibt es ja auch. Ja, dann würde ich jetzt sagen, Leute, warum nett, lasst uns hier lesen. Also, die Schafe, die Schafe, okay, müssen wir gucken, ob es noch Schafe gibt, weil, Schweine, 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 Schweine. Alles, nur so eine Schweine hier. Hingeht es in den Wald, dann gucken wir doch mal schnell nochmal nach. Auch, ähm, denn ohne Schafe wäre das vielleicht auch gar nicht so toll. Ähm, ja, wo sind denn hier? Die guten Schafe sind. Ohne, nicht welche. Hühner, 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 Hühner. Eieiei. Wer wird Zuckerrohr? Das sind nicht mal mit, falls wir nachher essen brauchen. Dann können wir uns leckeren Kürbiskuchen machen. Weil wir da auch hinten Hühner haben und die legen ja fleißig Eier und dann geht das ganz schnell. So, schnell zurück zu unserem vorherigen Siedelungsortest. So. Hier rein. So. Hopp, 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 hopp. Mal gucken, ja, dann bauen wir uns hier, denke ich, auch erst gleich mal ein Häuschen. Braucht man ja. Ähm, ich würde sagen, das Häuschen bauen wir... Das war nur ein kleiner See. Dann werde ich... Moment, wo waren denn die ganzen Hühnern? Die waren auf der anderen Seite. Ah, da sind sie. Gut. Leute, dann würde ich sagen, wir bauen uns hier erst mal ein Haus. Dazu brauche ich noch ein bisschen mehr Holz. Nicht mal ein bisschen mehr. Sehr viel mehr. Und dann muss ich mir erst mal Grundmaterialien craften. Und dann auch gleich mehr Essen besorgen. Sonst sieht es, wie gesagt, schlecht aus. Aber hier sind ja massig Schweine. Gut. Werkbank. So. Mensch. So. Die stellen wir kurz mal ab. So. Gut. Dann bauen wir uns... Ne, ne. Wir brauchen uns einmal die. Dann mache ich mir nur eine Holzspitzhacke. Sag mal. Und dann baue ich mit der erst mal Stein ab. Und hole mir dann am besten gleich ähm äh am besten gleich Stein equipt. Da ist ja auch schon was zum Uppern. Kohle können wir gleich gelegentlich auch noch mitnehmen. So, ja. Mein Texture Pack hier drin ist übrigens ähm, Misa ade. Ja. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir das vor ein paar Tagen reingehauen. Äh, sonst spiele ich ähm, eigentlich mit Sparks, Puberty Craft oder mit den John Smith hatte ich auch drin. Aber jetzt halt das hier. Misa. So, dann nehmen wir jetzt auch mal die Kohle mit. Dann haben wir ein paar Level-Farm. Level, Level, Level. Ja. Auch das dauert ein bisschen. Ja, dann können wir auch mal über die auf, also wie lange ich aufnehmen möchte. Jetzt erstmal reden, weil ich bin ja jetzt oder wir sind jetzt neu in der YouTuber-Branche eingestiegen, in die YouTuber-Branche eingestiegen. Und, ähm, ja. Also ich würde so mein erstes Ziel wäre so, dass ich, ähm, ein Video pro Woche hochlade. Das kann sich dann später natürlich vermehren. Denn wozu 1000 Videos so ungefähr pro Woche in kleinen Schwein Jahren guckt, denn wir haben bis jetzt ja kaum Abonnenten. Ja, und, äh, natürlich 15 Minuten. Und Spiele, welche Spiele es sein werden, natürlich Minecraft. Wahrscheinlich kommt, äh, dieses Jahr kommt ja Battlefield 4 raus. Das werde ich dann, denke ich, ja, auch mal ansehen. Oh, scheiße, wir brauchen irgendwie wir haben kein Bett, das heißt, oh, der ist ein Eikengut. So, pass auf. Leute, wir brauchen jetzt Alter, warum sind die mal so viele Unterwasserdinger? Ja, ähm, ähm, ja, dann müssen wir uns jetzt schnell mal Zucker craften und uns, äh, so, 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 ich soll Kürbiskuchen machen. Und essen wir es mal ein. So, wir müssen uns irgendwo baratieren, Leute, das sterben wir hier. Das darf doch nicht sein. Ähm, Holz. Wir bauen uns rum, schnell. Hopp, hopp. Schnell, also wir bauen uns jetzt mal so ein Nothaus hier, sonst werden wir hier hier mal nicht sterben. Das reicht doch schon, wenn es bloß ein Block weit ist. Ja. Dann machen wir so. Und dann habe ich Holz her. So. Erstmal Not gedrungen. Hab ich noch mehr Holz? Scheiße, ich brauche Holz. Ah, ja, schnell. Ah, das ist ein großer Baum. Nein, gut. Das hätten wir, sonst wäre ich hier nicht abgefallen. Schneller, lass mal schneller gehen. Wir dürfen nicht sterben. Nein. Zombie, Apokalypse. Scheiße! What the fuck? What the hell? Rein hier, rein hier rein. Alter Scheiße, Mann, Leute. Wenn so weiter geht es, sind wir in 0,0 nix tot. Alter, schnell eine Tür, Leute. Oh Mann, wir brauchen ein Bett. Oh. Hier sind wir sicher. Huh, fuck. Dann esse ich jetzt den Kürbiskuchen. Und wenn sie meine Herzen wieder recken. Oh, gut. Und hoffentlich wird schnell Tag. Sonst sind wir wirklich am Arsch, Leute. Wirklich am Arsch. So, wir bauen uns erstmal runter. Die Werkbank stellen wir da hin. Und dann machen wir uns hier den Kürbiskuchen. Und dann haben wir noch ein bisschen Holz. Dann machen wir uns ein bisschen Stein equipt. Das. Und das. Und das. Und das. Erstmal. Und... Und... Einmal so. Und... Einmal so. 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 Und bauen uns erstmal einen kleinen Unterschlupf. Und bauen uns erstmal einen kleinen Unterschlupf. So. Und werden erstmal ein bisschen Stein farben. Hopp. So. Diese Kack-Monster nicht werden Leute. Na ja, wir könnten ins Peaceful spielen. Und würde... Würde man in den Kommentaren aber wieder vollgesponnt fallen. Äh, du Feigling! Du spielst ja Peaceful! Du Lusche! Du Pussy! Nein, das machen wir nicht, Leute. Dann müssen wir mit den Konsequenzen rechnen. Monster drin haben. Aber jetzt. Spielen wir hier so weiter. So. Erstmal eine Fackel. Gut. Und jetzt. Und jetzt. So. 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 Ja, hier bauen wir uns nur so sagen, erstmal einen Keller. da brauche ich irgendwann Schafe oder ich muss die nicht immer so überleben. Was natürlich sehr schwierig wird. Huh. Oh. Und schon kaputt. Gut. Dann nehmen mir hier wieder die Steinwirrk. Das heißt, es wird sicher scheiße. Scheiße. Das bist du Bste. Scheiße Leute. Scheiße Leute. treue. weiter die bauen nicht mehr stein ab ohne spaß die schweiß selber für steine alter ich mach mir mal richtig schiss kacke man aber wie dann haben sie sich da mal mehr ausgebaut oder was ich traue mich nicht das weitere abzubauen eigentlich würde das ja bedeuten dass wir denn jedes ende denn es sind was ich aber sehr unwahrscheinlich ich habe gerade richtig schiss leute ich habe mir gerade so ein bisschen in die hose tag 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 gut leute nach draußen wo sind die monster tag für tag für tag gut du auch ich brauche schweine ist mir jetzt scheißegal hier sind eben genug schweine ich brauche jetzt mal ein paar gut gut ist die aufnahme auch gleich wieder vorbei okay so den rest lassen wir hier war noch irgendwo kürbisse das weiß ich ich weiß 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 es nur wo sind sie darin sprint hin einsames sprint nein oh schon level 3 das geht aber schnell los lauf mein freund mit getreues ross lauf 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 hoch 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 dann können wir es nochmal kürbiskuchen machen beziehungsweise so dumm sein können und uns die auf den Kopf setzen hopp 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 so es sind gar nicht mal so wenig das sind auch noch welche dann gehen wir schnell zu unserem Haus zurück das muss da hinten irgendwo stehen hier machen wir erstmal den Block ab ich brauche einen schüppig Trottel ja warum machst du es denn nicht mit dem Schwert ja gut ähm schnell zum Haus zurück tralladala fuck 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 ja wenigstens sind die Creeper weg eine Sorge weniger da ist unser schönes Haus so gut gut guti 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 ja wisst ihr Leute ist mir jetzt auch scheißegal ob die Folge etwas länger wird wir machen sie einfach länger dann wird es halt 30-40 Minuten Folge ist ja nur die Anfangsfolge und die machen wir jetzt auch erstmal so lang gut ähm ich brauche Essen da haben wir auch schon genug da haben wir auch schon genug das heißt wir machen uns jetzt einfach schnell mal ein paar Steaks und noch ein paar Kürbiskuchen ne hier so zwei Kürbis wieder machen dann so so und haben wir nochmal zwei Kürbiskuchen gut dann gehen wir nochmal schnell nach draußen was war das da gerade Alter Alter weh dann laufen noch Monster rum echt Leute da würde ich in Panik versetzt Hilfe Mann Hilfe Mama gut hier ein bisschen Holz schnell das Haus rein Tür und schnell eine Werkbank craften Werkbank craften das sagt hier ähm eine man kann tun die sie so ab toll und von dem Gut, da packen wir die acht Kürbisse, Zucker, ähm, die 26 Stellen nehmen wir, das verrotte das Fleisch, den Baum, ähm, den Rest behalten wir. So, da haben wir gleich die Steaks gebrannt und dann beenden wir auch gleich die Runde, nur noch, wenn wir aufessen, nur noch, wenn wir aufgegessen haben, so rum, Leute, so rum, ja, oh, brenn, 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 los, mach hin, nö, komm, das kann doch nicht so schwer sein, und, und, es wird spannend. Und, und, gebrannt. Gut, sehr schön. Dann essen wir jetzt erstmal ein, zwei davon. So, so, zwei Stück. Da fangen wir dann die, in die Truhe. Und, die auch. Und, Leute, dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, ja, Leute, das war's für heute. Schreibt Tipps und sowas in die Kommentare. Ja, und der Kanal, also unser Kanal ist nochmal unten verlinkt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und nicht vergessen, ist der Finger oben, wird man nicht loben. Tschüss, bis bald.